hallo euch ich heiße Lucy und ich werde euch etwas zeigen ich habe gerade Haushaltstücher zum testen bekommen und ich werde das euch zum ersten mal in meinem leben als video aufnehmen und ins internet stellen reinstellen ja und ich bin ein bisschen aufgeregt aber ja hoffentlich geht es also viel spaß ich kann euch nach dem testen etwas berichten und bescheid sagen wie mir das gefallen hat ob ich welche unterschiede sehe und auch den den ich das zeige oder gebe oder so was gefallen hat das finde ich alles aufregend spannend lustig auf jeden fall ja und wir werden einfach sehen wie das funktioniert was ich von freundin bekommen freundin trend lounge hat mir das geschickt was geschrieben ja wie ich das machen sollte aber welche coupons habe ich auch bekommen selbstverständlich nicht nur für mich ihr könnt mich einfach viel spaß wünschen was haben wir hier sparblatt okay ihr seht das ich denke ja dann muss ich nicht so viel sagen oder bin ein bisschen aufgeregt aber schaffen wir das aha da sind zwei original zwei sowas und rein weiß auch zwei gut wie heißt das noch einmal okay das super es wird spannend wie genau kann ich das euch zeigen wie ich das benutzt habe werde ich noch entschieden entscheiden halstücher verwende ich sowieso zu hause sogar sehr oft jeden tag also werde ich bestimmt das benutzen ich werde das auch mit meiner freundin und familie teilen und sehen wir weiter wie das leben als sehen wird bestimmt sauber bis jetzt kann ich euch nur sagen sewa fisch und berg haushaltstücher sind der perfekte helfer beim wischen aussaugen putzen schrubben polieren kochen für einfach alles was im haushalt anfällt ich bin nicht so typisch youtube berlin aber wenn ihr möchtet von mir etwas wissen oder wenn ihr möchtet dass ich etwas test dann schreibt mir die kommentare unter und ja wie ist alles ich weiß ich muss nicht viel sagen oder dann viel spaß und tschüss bitte stoppen und werde ich das bestimmt machen das gefallen hat und ob ich welche unterschiede sehe und alles alles was ich noch euch sagen kann ist das was ja ich habe die beste zeit ausgewählt was ich euch noch sagen kann über mich mehr ein bisschen was ich noch euch über mich sagen kann das ist nicht meine erste testen ich habe getestet verschiedene sachen schon von mascaras etwas für duschen ich probiere marken nicht zu sagen was schwer ist deos waschmittel auch ein paar cremes für gesicht was für haare zum waschen und so was mache ich zum ersten mal und ich bin sehr gespannt das ist was ganz neues für mich muss ich sagen ebenso ich habe es dir ich hab es dir glaube ich liebe es auch ein schönes würde ich te There